Wegen Verwurzungsverbot und dann kommt anschließend eine Polizeiführung, die sich einmeldet. Sie können das hier durchsetzen. Wo sind wir geraten? Ich habe recht, das meines der Rechtschätzung habe ich noch. Ich muss zu sagen, dass wir um Kassenschutz bleiben sollen und dass wir aufschlagen bleiben sollen. Ich werde gar nicht mehr sagen, so weit ist es in dieser ungeblichen Demokratie gekommen und in diesem angeblichen Rechtsstaat. Wie du selbst nicht so deine Polizeiführung, die in Gericht beschlüsst, das muss man sich mal richtig abgehen lassen. Ich bin Lohde Lohmann zum Polizisten und zu unserem Stutzpräsident Wetterholz und wir alle noch mal auf den Weibungen. Ich bin Lohde Lohmann zum Polizisten und demnächst und wir alle noch mal auf den Weg geben. Diejenigen, die voll im Allland inerkennt, die calleinrichtung auf die Straße mit Gewalt zu vernünftigen. Die jenige, die im Industrie umsetzen oder Ultimator spüren und die Wasserwahrer-Bürock ins Rolf-Holkohol hier durchstrichen soll, das sind die Freiträger. Und diese Freiträger ist jetzt immer wieder auf jeden Fall der Treppe ein Ton in die Gare. Und die müssen weg und glücklich werden aus dieser Welt! Alle Unterhäuser haben die Polizei und die Polizei mit seinen Abgeordneten. Und es sind ganz, ganz Menschen und die sind da dabei, selbst Familienfälller, die nicht anders können, weil sie eben auf dem Netz der Geldwirtschaft haben und auch über die Richtung haben. Und trotzdem lassen sie uns mehr gewähren, als sie dürften. Von diesen Leuten ziehe ich meinen Mut. Und wenn ihr da dabei seid, muss ich da bitte zuholen, aber das muss ich sehr, sehr freuen, denn da ist schon noch eine Selle, die in meinem letzten Mal bei uns beim letzten Gruppen unterbilliert wird. Wir begrüßen und ehren an dieser Stelle Herrn Dienstgruppenleiter Bernd Beyerlein aus Aufschlug, den ersten Polizisten. Herr Dienstgruppenleiter Bernd Beyerlein aus der Lofahrer der Bernd Beyerlein aus der Lofahrer der Bernd Beyerlein aus der Lofahrer der Bernd Beyerlein. Herr Dienstgruppenleiter Bernd Beyerlein aus der Lofahrer der Bernd Beyerlein aus der Lofahrer der Bernd Beyerlein. Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Und er immer noch nicht weiß, warum an diesem System dran ist, dass er sich immer noch Rechtsstaat nennt und Bürokratie nennt. Er müsste doch jetzt noch zwei Beweise dazu bekommen haben, die endlich zum Überlegen bringen müssten, dass es Zeit wird für eine andere Zeit, für eine Zeit, die wieder da ist für die Menschen. Und ich krieg sie! Wahnsinn! Absoluter Wahnsinn! Guckt euch die Fahne an, da hinten! Das ist ja Wahnsinn! Deutschlandfahne, alles Nazis, Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker, Herr Geisel, unglaublich. ZDF, 1500 Leute, die stehen alleine schon hier, Liegenpresse, Liegenfernsehen, Wahnsinn. Schließt euch an, wir skandieren, ja, richtig. Und wir schließen uns an, da können wir Gipf drauf nehmen. Gipf, Polanyol, Gipf! Frieden, Frieden, Frieden! Frieden, 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 Frieden!